In diesem Video geht es um die besten drei Bluetooth-Lautsprecher. Der erste Platz geht an das High-End-Produkt. Dieser Bluetooth-Lautsprecher ist mit einem 24-Watt-Stereo-Audiotreiber und einem fortschrittlichen digitalen Signalprozessor ausgestattet, der klare Höhen, detaillierte Mitten und besonders verstärkte Bässe bei jeder Lautstärke produzieren kann. Unser kabelloser LED-Bluetooth-Lautsprecher ist nicht nur ein Lautsprecher, sondern kann auch als exklusive Lichtquelle für nächtliche Szenen verwendet werden, die verschiedene farbwechselnde Themen bietet, um sich verschiedenen Nutzungsszenarien anzupassen. Unser Bluetooth-Lautsprecher verwendet die neueste Hochleistungsbatterietechnologie für Elektrofahrzeuge und kann eine unschlagbare Laufzeit von 30 Stunden erreichen. Die wasserdichte IPX7-Funktion schützt nicht nur den Bluetooth-Lautsprecher vor Regen, Staub, Schnee und so weiter, sondern kann auch erstaunlicherweise sicherstellen, dass der Lautsprecher für etwa 30 Minuten vollständig in einem Meter Wasser eingetaucht werden kann. Jetzt direkt sparen. Der Link zum Produkt ist unten in der Videobeschreibung. Der zweite Platz geht an den Preis-Leistungssieger. Erstaunlicher Klang, 360-Grad-Zerraum-Stereo, 30W-Leistung, 4 Audionits, bietet kraftvolle und fesselnde Bässe sowie klare und ausgewogene Höhen, keine Verzerrung, RGB-Beleuchtung, die sich mit der Musik ändern kann. Durch die Verbindung über Bluetooth können zwei Rhinoc Audio-Geräte synchronisiert werden, um Stereo-Sound-Effekte zu erzeugen. Der IPX67-Schutzgrad kann Regen, Staub, Schnee und Spritzwasser verhindern. Sie können die Musik zu Hause, im Freien, am Strand und sogar im Badezimmer genießen. Die fortschrittliche Bluetooth 5.0-Technologie bietet eine stabile drahtlose Übertragung von mehr als 10 M. Eine Verbindung zu Ihrem drahtlosen Audio-Gerät ist möglich. Der 3000 mAh Akku unterstützt mehr als 24 Stunden Wiedergabe. Der dritte Platz geht an das Sparprodukt. Lange Akkulaufzeit. Der Bluetooth-Lautsprecher kann mit einer Batterie 24 Stunden lang Musik abspielen. Bluetooth-Lautsprecher mit zwei Lautsprechern A5W und HD-Stereo-Lautsprecher. Der tragbare Bluetooth-Lautsprecher bietet hochwertigen Klang. Mit zwei Lautsprechern erleben Sie stereophonischere, lautere und klarere Musik mit der Bluetooth 5.0-Technologie. Der tragbare Bluetooth-Lautsprecher mit IPX5, Wasserdichtigkeit für den Einsatz in der Nähe von Pool, Strand, Bad oder in der Küche und so weiter. Ein Bluetooth-Lautsprecher, ein 3-5mm-Kabel, ein Ladekabel, eine Aufhängeschnur und ein Benutzerhandbuch. Das ist die